Das Video einer Überwachungskamera zeigt, oben rechts im Bild, wie ein Mann auf Polizisten zustürmt und kurz danach zu Boden geht. Der Mann hatte vor der Kathedrale Notre-Dame drei Polizisten bedroht und auf einen von ihnen eingeschlagen. Die Kollegen des Angegriffenen haben daraufhin Schüsse abgegeben. Der Attentäter soll, das ist für Syrien, gerufen haben. Der Mann wurde Polizeiangaben zufolge in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Beamter sei verletzt worden. Unterdessen verdichten sich die Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Attacke. Der mutmaßliche Täter soll Justizkreisen zufolge ein 40-jähriger Student aus Algerien sein. Die Polizei habe bei einer Durchsuchung seiner Wohnung ein Video gefunden, in dem er der Extremisten Miliz Islamischer Staat die Treue schwört. Am Sonntag findet in Frankreich die erste Runde der Parlamentswahlen statt. Bei mehreren Anschlägen seit Anfang 2015 wurden mehr als 230 Menschen getötet. Derzeit gilt der Ausnahmezustand. Derzeit gilt der Ausnahmezustand. Die Kofferung des Angeaufstabels. Das ist das für Sieg, die Angeaufstabels oder Kofferung des Angeaufstabels. Ich mache ein Handelschrauber. Derzeit gilt der Ausnahmuster. Untertitelung des ZDF, 2020